herzlich willkommen zu einer neuen folge vor region creature 2 wie so eine neue folge ja gut es ist eine neue folge ist ein neues spiel aber es ist die fortsetzung von vor region creature und wir haben ja beim letzten mal schon ansatzweise naja zumindest einen teil der kleinen welt übernommen so wir spielen einfach mal one week ago vielleicht wird sogar jetzt gezeigt was beim letzten mal passiert ist a planet inhabited by super high tech creatures ok aber ist ihre truppen wurden zerstört king smagoodle kings smagoodle hat alle unsere truppen zerstört wir kommen nicht mehr voran ok ja 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 er wird sich selbst klonen ok dass dieser klon hat eine 1 1 gehen was ihnen für smagoodle troops für smagoodle seine truppen unsichtbar machte ok er wird die ganze welt zerstören und die zurück auf seinen dunklen thron bringen aber eure majestät ok der klon wird zu schwach sein gegen smagoodle anzutreten ok er schickt ihn auf einen guten planeten aber mit physikalisch schwachen bewohnern ok die er die er ist ein idealer planet er wird stärker und er wird viel lernen und dann was reading ok ok also wir übernehmen die erde halt ne finger ab zack finger in die klonflüssigkeit und was wird aus diesem ding ach wird daraus dieses flauschige bällchen ding bam jetzt feiert er es einfach mit einem laser auf die erde und da ist der doktor dem ich sein hirn freigelegt habe dumme idee dumme idee ich weiß nicht würdet ihr so ein alien ok da at the present da wir wollten gerade die beweise vernichten für unseren super alien auftakt und oh gott fbi kann ich direkt an was macht er hat nur gezuckt was ist mit ihm er zuckt auch nur die lassen sich alle nicht so leicht beeinflussen glaube ich die sind konzentriert hier liegt ein typ das sieht jetzt nicht so aus also es ist nicht das wonach es aussieht leute was haben wir denn hier hier haben wir nichts haben wir auch nichts ganz ruhig ich muss hier ganz kurz nur gucken ich piks dir mal ins auge geht auch nicht jetzt habe ich ein feuer gelegt was wollte jetzt tun was wollte jetzt tun es brennt ihr könnt nichts mehr tun kann ich jetzt auf irgendwen werfen vielleicht der da hallo hoch ok leute es fängt an zu brennen leute leute ich kann die hände nicht hoch machen ich würde ja gerne aber ich kann nicht hier noch irgendwas was gebrauchen kann es brennt so laut aber hier dieses teppichmesser jetzt ist das teppichmesser rot leuchtend teppichmesser in dein gesicht geht nicht fernbedienung hey leute komme ich mache einfach ein bisschen wir machen hier wir gucken noch eine runde mitten im leben und dann haben wir alle ab ok kann ich jetzt hier eigentlich sterben bei diesem spiel wird das feuer gern noch ein bisschen schüren er manchmal sind hier so kleine dinge auf die man irgendwie klicken kann nur dass ich echt nicht weiß manchmal wohin und jetzt geht es ja hier am anfang schon direkt los ich guck mal hier schreibtisch kugelschreiber roter stift nein was ist denn ich habe das ding hier kann ich das jetzt nee ich dachte sie hätten irgendwie neue hochentwickelte macht das messer doch heiß oder hier heißer kaffee ins gesicht und geht das alles nicht und geht das nicht die akten dieses ding was dahin gefallen ist oder hier irgendeine knarre irgendwie manipulieren hose auf geht nichts achso ich brauche so lange dass selbst der feuersound schon wieder von vorne anfängt kommt schon typ mit einer kanone was ist denn hier hier muss doch irgendwas gehen leute hier muss doch irgendwas der panzer schießt feuer feuer die leiche die schuhe bei mir irgendwas in der tasche oder muss ich das noch da zack tastatur messer war ok ein habe ich erwischt ein habe ich erwischt ich brauche noch mehr stuff ich brauche mehr sachen zum schmeißen die tastatur liegt mit dem weg und kreis trifft sie wieder nicht ausgewichen 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 so aber jetzt habe ich alle einmal abgefeuert jetzt hat ach so ich habe zack angeleckt ihr könnt mich nicht zerstören ihr könnt mich nicht zerstören hahaha was willst du tun alter moment warum hat er jetzt hier so buschige hand bin ich jetzt achso ich bin schon oder es ist glaube ich absicht dass ich mich tot stelle kann es sein oder kann man jetzt sterben diesmal FBI hat mich abgeholt ich glaube das ist doch alles geplant blutbeutel den sauge ich mir doch erstmal rein hier komplett danke hahaha den konnte ich gut gebrauchen ist hier die kamera kann ich noch nichts machen guck mal hier liegt doch so viel zeug schneidet er mich jetzt auf herr doktor hallo schwester und da war doch gerade was hier tada her mit dem ding einen kopf gelegt was wollt ihr tun blut 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 oh yeah was ist das für ein tanz shake 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 it okay diese musik die treibt mich immer kann ich hier irgendwie elektro gas gas aus hier irgendwas ich hätte gerne noch ein bisschen was von diesem blut hier kann ich hier irgendwas anklicken na komm weißt du den habe ich angelegt warum kann ich die anderen nicht anlecken kann ich hier irgendwie kamera hallo computer leck leck ich kann jemanden mehr anlecken sie auf mich klicken okay leute das ist doch nicht normal hier das ist das haben sie doch absichtlich hier vielleicht so eine kleine tequila mini flasche oder was ist das kann man das trinken ist es für mich gut wenn sie hier nicht so rum schütteln würden könnte ich mich auch besser konzentrieren herr doktor hier die rollen irgendwas bewegen wasser hier ein bestimmter gegenstand ist es ja manchmal nur ne aber diesmal nicht was könnte es denn jetzt sein hier der rote knopf oder ich meine bei der letzten dings alter dieser kleine diese szene mit den autos was eine riesen szene wo man eigentlich alles hätte machen können da muss man auf diesen idioten klicken der da unten aus der ecke rauskommt das war ja auch zwei auch schon fies man hier die lampe vielleicht ein bisschen bewegen hallo oder da war was da aha lecken ja du kannst nichts tun was willst du jetzt tun wo ist denn was kann ich jetzt was wollt ihr denn ihr habt mich doch schon mal erschossen es wird nicht funktionieren ich bin ein wieseliges wesen mit einer super leckzunge oh ja die ladies wissen es zu schätzen ok schon wieder angeschossen und da stehe ich einfach auf siehst du es hat doch keinen zweck es hat doch keinen zweck und da rennen die auch noch hinterher idioten oh die cops noch mehr cops aber das ist aber ich bin ja hier die ganze zeit völlig wieso warte mal moment es ist gut jetzt hört doch einfach mal auf zu schießen ruhe ruhe oh fuck ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt ist gar nicht schlecht gemacht hier für so ein rumklicker ding zack so den habe ich erstmal weggeleckt ach du willst es auch wissen du willst es auch wissen mein freund ich lass mir schon irgendwas einfallen da war doch was und der hund aua 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 hey hund hör auf okay ich dachte ich kann den hund irgendwie jetzt anlecken achso war das so geplant ach guck mal jetzt bin ich nämlich hier wieder dieses kleine ah moment dann kann ich doch jetzt bestimmt mich hier ach zack so jetzt gehört die ratte mir ach die denken echt sie hätten mich erwischt die dachten die hätten mich erwischt diese idioten da bin ich hallo okay warte moment dann muss ich bestimmt hier wieder so machen und dann während sie ne es geht nicht kann ich den fernseher irgendwie ausmachen oh wie geht das hier los hau sie um popcorn ich kann dieses trinken oder kann ich moment warte mal vielleicht kann ich vielleicht kann ich das trinken runterwerfen und sie dann mit dem mit dem knüppel teasern hier ne bringt nix okay hä aber guck mal dann muss es doch so gehen komm schon ich muss ja irgendwie da sie will mich ich kann sie nur so ablenken mit den dosen oh moment da war auch gerade was oder war da gerade was habe ich hier gerade ich habe hier doch gerade einen finger gesehen oder mal runter machen hier ah ach so muss ich warte mal vielleicht muss ich beide ablenken fernseher aus und jetzt ja ha 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 ihr habt mich nicht gesehen weil ihr so doof seid okay jetzt muss ich mal schauen fernbedienung oder kann ich fernbedienung und wieder fernseher ne dann fernbedienung und auf mich vielleicht irgendwas irgendwas muss hier gehen Leute irgendwas muss hier gehen ah zack hast du nicht gesehen ne und schlapp oh ho ho voll raus aus dem Ding und ab yeah und schon bin ich wieder menschlich das ist ja easy na bye bye da sind wir jetzt zu zweit ist sie jetzt so in mich verliebt dass sie alles für mich tut kein Problem zack wieder ein Auto geschnappt oh was ist das denn hier für eine Verleihung da habe ich doch wieder einiges zufrieden gleich wo bin ich denn irgendwo muss ich ja sein oder alle schon ah da da bin ich wie was you failed man kann also auch failen das ist ja nicht so gut aber wieso muss ich schneller sein anscheinend muss ich irgendwie aus dem Dunkeln agieren oder aber das ist im Moment glaube ich das einzige was ich machen kann hier oben kann ich nichts machen weil ich klicke jetzt erstmal auf sie und schau mal was dann passiert ob ich noch irgendwas machen kann in der Zeit hm nö nö ich kann ja nur da auf mich klicken jetzt oder soll ich noch auf irgendwen anders klicken ich gehe mal hier alle durch hallo der da winkt aber nichts passiert nö hier ist auch nichts ich mache hier ah da ist was ah ein Typ geht auf die Bühne und lenkt sie ab und jetzt kann ich jetzt vielleicht irgendwas machen zwei Stunden später okay jetzt ist schon nicht mehr so viel los äh auf sie kann ich jetzt nicht mehr klicken ah was machen wir dann als nächstes was machen wir dann als nächstes es muss schlimm sein für die armen Leute die dann so zuschauen und sagen kalt du musst offensichtlich das da machen ja los auf die Bühne küsst sie doch aha aha okay toll und nun kann ich jetzt auf die Bühne ja hinterher hm der Stalker ich will deine Kleider anziehen na wo na du Frechdachs was machst du ist ja widerlich ah ich bin eine berühmte Sängerin geworden hm bin ich sexy äh kannst du den Typen hier irgendwie beiseite schaffen äh äh klick klick nix geht da Mülleimer aber achso okay dann packen wir den erstmal in den Schrank ganz logische Sache rein mit dir so aha nein dein Freund kommt nicht mehr zurück aber ich bin jetzt dein neuer Freund ich liebe dich so sehr komm mit mir auf meinen Planeten ich werde ein König sein tja dann machen wir erstmal hier die Tonight News was ist denn hier hier ist ja nix kann ich ein paar Sachen verschieben haha die Hunde hier kann ich den Stuhl verschieben okay geht ja einiges was war das für ein Bild da waren noch Bilder von von Naked Woman glaube ich toll ich kann die ganze Küche hier bewegen aha meine Macht ist also stärker geworden hallo ihr doofen Hunde was machen die Hunde die gucken nur kann ich achso Moment kann ich kann ich hier einen Stuhl werfen oder was äh was dä dä ist das da wieder irgendwie an der Decke was versteckt ist oder so okay Leute wir finden das noch irgendwie raus irgendwie muss ich ja hier weiterkommen irgendwie muss ich ja hier weiterkommen durch die Tür bin ich jetzt rein ich kann hier 100 Sachen bewegen aber irgendwie kann ich auf mich klicken natürlich kann ich auf mich klicken ich bin euer Herr und Meister schweigt na also setze ich mich erstmal eine Runde chillig hin schauen wir mal die Nachrichten ja ist nichts los ein kleines Feuerchen machen ja hä ich röntge die Bücher und lerne na ist jetzt aber mal gut ne Ruhe Bello Bello ist also ein typischer Hundenamen es fällt einem immer als erstes ein dabei hatte ich noch nie einen Hund der Bello hieß sie hatten alle viele andere Namen aber Bello nein die Tonight News da kommt nur Schmoren im Fernsehen die Sorge nur Schmoren im Fernsehen da kunst du immer klotzen hier so was ist denn nun Fernseher wieder aus kann ich hier den Ofen bedienen da liegen Sachen nichts passiert Stuhl nichts passiert ok ich schätze mal ich hab jetzt ein paar Bücher gelesen und was gelernt und zwar Menschen sind böse bringt ja nix oder es macht nur boing 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 jetzt kann ich nicht mal mit dem Fernseher anmachen oder wie so jetzt bleibt das Feuer auch an ah ich habe also ich habe gelernt Feuer zu machen nun bin ich noch mächtiger obwohl ich hab ja schon mal Feuer gemacht vorhin so kann ich mich wieder anziehen nö Stuhl hier an an den Computer vielleicht geh nochmal an den Computer da lernst du viel mehr im Internet das Internet macht voll schlau wo ist denn hier noch irgendwas was ich anklicken könnte ich will was essen du musst was essen boy ah jetzt bin ich ja kein boy mehr jetzt bin ich ja schon mittlerweile ein girl aber woher weiß ich denn wo sie gewohnt hat habe ich auch ihre Erinnerungen genommen ah endlich ich klicke die ganze Zeit dahin warum bist du nicht dahin gegangen so dann zeig mal so viel Pornografie in so wenigen Sekunden mein Gehirn explodiert also spätestens jetzt hätte er sich umgebracht ähm nö da ist nix das nix die Maus die Bücher das Bild lecker lecker im Bild oh schau mal mhm mhm jetzt sehe ich noch viel mehr aus wie sie oder cool mir kann keiner was ich bin ein verdammter Alien uh oh chicken mit Lies erstmal ein bisschen Hühnchen mit Reis probieren hier am frühen Morgen ist immer gut äh ähm kann ich jetzt noch baubaus ich hab das Gefühl dass hier irgendwas Schlimmes passiert also hier hätten sie ja wenigstens ein bisschen gemütlichere Musik machen können ne so Kühlschrank auf und ach ja genauso wie ich morgens alter so frühstück ich auch oh oh jetzt hab ich auch noch ne Hundearmee einen Monat später alter oh die Doktoren wissen sich nicht zu helfen selbst da sind schon alle und selbst bei der Armee wichtige Menschen alter der Präsident die alle Bundesrichter alle sind in meiner Hand das ist doch super oh Moment Play Bonus Scene 1 Play Bonus Scene 2 EC's Evolution äh ja Bonus Szene ist ja nur ne Szene oder äh ich spiel mal ne Bonus Szene mal schauen schauen wir mal häng ich direkt dran da bräuch ich jetzt kein eigenes Video raus machen das wär ach wie süß die Wauwaus yay okay kann ich den anklicken hallo Wauwau hier ist irgendwie so ne Mülltonne der Hund mag mich gar nicht okay schauen wir mal machen wir mal hier die na wieso was verstehe ich jetzt nicht was hier passiert wahrscheinlich hat er sie deswegen nur als Bonus Szene mit reingetan was soll ich denn hier machen naja das Hauptziel ist ja erreicht ne oh warte der da was kann ich mit dem hier jetzt machen nichts nothing alle quatschen mich hier voll oh oh Hundekämpfe Hundekämpfe im Park okay okay ja mhm na jetzt wird natürlich diskutiert ihr Hund hat meinen Hund angegriffen das mag ich nicht das ist so gemein mein Hund ist so ein lieber Hund alle aus dem Weg ich bin ein fucking Außerirdischer los Hunde folgt mir na kann man nicht viel bei raus in der super Bonus Szene okay was ist das da warum stecke ich hier in der Wand fest oder da liegt auf jeden Fall ne Knarre ich mach hier so kreisende Bewegungen ja so dann können wir ungefähr aus loten wo es denn dann los geht aber hier geht anscheinend gar nix irgendwas stimmt doch mit dieser Szene nicht warte mal restart Level ich stecke hier in der Wand fest ach da guck aber das hier soll da glaube ich nicht drin sein oder okay ist ein bisschen wie die Szene da vorhin ne mit dem Typen und der Tussi ja du hast den Herd angelassen blöde Kuh ich hab doch gar nix gemacht ach so es ist hä das passiert jetzt immer automatisch oder wie so kann ich in der Zeit auf mich klickern ne oder auf ihn hm irgendwie ist diese Bonus Szene hier doch schon irgendwie ein bisschen kaputt da steckt ne Frau halb drin hier kann ich nix machen hier kann ich auch nix ach Leute oh naja gut wir würde ich sagen ähm sehen uns einfach dann beim nächsten Mal weil irgendwie funktioniert diese Szene hier nicht richtig und äh wir suchen uns ein anderes tolles Spiel das war's dann bis hierhin von 4RigionCreature danke fürs Zusehen ich hoffe ihr hattet ein bisschen so viel Spaß wie ich denn ich hatte schon ein bisschen Spaß ich mag solche Spiele ein bisschen gern vor allen Dingen wenn ich dann mal ne Viertelstunde Zeit hab um mich ein bisschen zu entspannen naja gut äh wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim nächsten Spiel im nächsten Leben wie ihr das für richtig haltet wenn ihr Lust habt dann könnt ihr das Video natürlich immer äh bewerten wie ist mir letztendlich egal macht es nur ehrlich und gerecht bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen